Also Moment mal, erstmal eine Sache, um die mal direkt klarzustellen. Ich bin weder Nazi, noch Faschist, noch bin ich Islamist. Und ich trage auch mein Piercing nicht mehr, weil ich es selber hässlich finde, mittlerweile. So, bin 26 Jahre alt, mein Name ist Morabed, eigentlich heiße ich Murat, ich bin in Deutschland, in Köln geboren, groß geboren. Ich habe kurdische Freunde, ich habe bulgarische Freunde, ich habe deutsche Freunde, sehr gute sogar. Und es gibt so einen Haufen Idioten da draußen, da kann ich auch nichts machen. Aber eins ganz, ganz wichtig, ich bin kein grauer Wolf. Ich habe nichts mit der MHP zu tun und hatte es auch nie. Wir haben zwei Songs gemacht, Pack der Wölfe und Wolf zu. Pack der Wölfe war für den Film, guckt nach, bei Wikipedia, es gibt einen Film, Pack der Wölfe. Da waren wir 14, 15 und bei Wolf zu kamen wir einfach mal, wenn ihr mal genau auf den Text hört, hört ihr nur meinen Bruder einmal sagen, im vollen Mond und so. Das ist die einzige, vielleicht keine Anspielung von meinem Bruder, weil er hat ein bisschen parteiische Gedanken dazu gehabt, die er mittlerweile auch abgelegt hat. Also, ich spreche auch im Namen von meinem Bruder. Wir sind weder Rassisten, noch Faschisten, noch Islamisten. Wir sind gläubige Moslems, stolze gläubige Moslems. Wir sind Türken, wir sind stolze Türken, aber wir sind keine Extremisten. Wir sind weder PKK, noch sind wir MHP, noch haben wir irgendwas krasses gegen irgendwelche Kurden oder irgendwelche Türken oder sonst. Alles was extrem ist, da bin ich gegen. Leute, die sich gegenseitig abknallen, das hat so eine ganz andere Hintergründe. Wenn ihr mal über Waffenpolitik ein bisschen lesen würdet, würdet ihr verstehen, warum die ganzen Kriege dort hinten abgehen, in der Türkei oder am Nahen Osten oder Irak oder was da alles abgegangen ist, Afghanistan etc. Ich brauche da wirklich auch keine große Rede machen. Ich bin kein Faschist, noch Boskurt, noch MHP oder sonst was. Ich bin stolzer Moslem und ich bin Türke, weil meine Eltern Türken sind. Beide kommen aus Ist-Geschirr, deswegen fühle ich mich auch als stolzer Ist-Geschirr. Ich habe Kölner Wurzeln. Das ist mein Mix. Entweder akzeptiere mich oder ignoriere mich. Aber hör auf, mich zu hassen mit irgendwelchen Wolfsburg-Videos. Morbid, bist du ein Faschist? Nein, bin ich nicht. Check das. Und das einfach mal, um es klarzustellen. Und auch auf Deutsch. Und alle, die es nicht verstanden haben, es wird bestimmt ein paar Kollegen geben, die das übersetzen. Das poste ich auf Facebook, auf YouTube, auf Morbid, überall hin, damit dieses Gerät eigentlich ein Ende hat. Ich trenne keine Rassen. Für mich ist Mensch Mensch. Und wenn der Mensch ein Arschloch ist, dann ist er ein Arschloch. Wenn er ein guter Mensch ist, dann ist er ein guter Mensch. Aber ich bezeichne und betitle ihn als Mensch. Das nur mal zum Ausdruck, als Message.